Halli Hallöche Leute, Willkommen zu 72.Bart von Let's Play Pokemon AshGray Edition. Im letzten Bart sind wir auf der T-Insel angekommen und wollen damit jetzt weiter machen. Pokemon sind gehalten, die ist perfekt also und sollte hier die Arena sein oder ist die weiter oben? Wahrscheinlich weiter oben. Da kommen wir nicht hin, aber wir können hier oben surfen, das heißt wir kommen doch hin. Gut, dann kommen wir doch da hin. Also alles gut, dann gehen wir da mal noch oben hin und da ist die Arena. Das war Glück da zu landen. Witzig, dass man auf manchen Stellen überhaupt keinen Surfer hinsetzen kann. So, und dann geht's in die Arena rein. Ich bin mal gespannt welcher Typ es ist, ich gehe mal von Wasser aus. E-Battles und wir werden die gleiche Poké-Type benutzen. Wir werden die Elektra-Grasse und Wasser-Type für die Battle. Haben wir alles? Make sure you have a Pokemon of that type available to your favorite. What's that of the game? Und wir werden die Match. To be the Island. And they're ready for a battle. Electric Pokemon, Gras Pokemon. Water Pokemon. First we will be between, please see your only Pokemon. Dipper side. Ich möchte also Pikachu. 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 So, mit Pikachu fangen wir also an. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Lieder-Hoodie mit Elec-Bars. Also, oh. Das kann die böse enden. Dann gibt's Double Slayer Edge. Bin ich mal gespannt, ob das gut... Das geht, aber wir können auch Heilungs-Items einsetzen. Natürlich kannst du mit Thunder Wave, aber allerdings, wenn du mich jetzt anreißt, solltest du wieder mit deiner Statik herkommen. Oh, du setzt... Oh, ist... Das ist hier... Edge. Oh Gott, nein. Nein. Nicht Double Edge. Oh, Mann. Und du heilst dich? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah, ich hätte gerne einen Top genießen oder sowas eingesetzt. Okay, das macht der Schaden. Bitte, was? Achso, Shell Bell, das ist doch... Hier ist das Chilox-Item nochmal. Und du bist echt wiederig dafür. Was ist das? Das könnte jetzt... Okay, das geht dann nicht. Aber das hätte ich jetzt echt scherzhaft hätten können. Das wird es wahrscheinlich auch. Ich glaube, die nächsten beiden Kämpfe werden einfach besser. Ach, du bist... Du bist so widerlich. Na sorry, aber... Ah! Iget! Iget! Ist der Gegner widerlich. Ist es widerlich. Reicht das? Das reicht. Ah! Blacktail. Das ist eine doofe Kombi. Das hat ein Heilungs-Item. Das kann seine Fluchtwert erhöhen. Und macht Schaden. Und wir können nur mit Double-Age abgreifen. Craft-Pokémon. Das kann man ja nicht liest. Soll ich hinter den Kampf verendet. Auf geht's zum Pokémon-Markt. Ich brauche... Ach, scheiße. Ich habe Labras nicht mit. Ähm... Ich glaube, das will ich noch mal machen. Labras. Ähm... Ich glaube, bis gleich läuft. Ich würde mal sagen, ich hole mir mal was zum Zeug. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und ich habe jetzt definitiv genug... Äh... Genug Dinger da, genug Tränke. Ich habe mir nämlich mal eben eiskalt 99 Stück gekauft. Euro, ich würde doch ganz gut reichen. Ich sollte eigentlich... Habe ich ja noch den Bellenmark nicht... Näch. Aber der bringt nichts. Hier guck, 108 Stück. Naja, wenn man sonst nichts Besseres damit zu tun hat. Hier Silber. Spezial. Warum gebe ich den? Nein, hätte ich niemanden... Was ist denn der Giff? Was ist denn der Giff? Was ist denn der Giff? Wensche! Ah! Hoffentlich, das hat niemand gehört. Hoffentlich schneide ich das raus. Ähm... Ich will mal eben kurz Pikachu tauschen, damit ich das eventuell gehe. Haltkriege. Was ist denn das in die dritte Edition noch? In der dritten... Dip und Zip. Ich weiß nicht, ging das hier noch? Dass ich das hier quasi voll heilt, wenn ich das mache. Ich erinnere mich gerade echt, dass ich das nicht so hingekriegt habe. Äh... Ja, du bist geheilt. Ja, es ist gut. Gut, denn sollte das jetzt besser funktionieren. Ich hoffe, dass ich das nicht mal besser hinkriege. Weil nicht wieder einfach Bände. So, Battle beginnst. Du führst Battle... Ja, halt die Klappe. Ich weiß doch, mittlerweile... Besser als du, dass du das machst. Ja, hab ich... Let the war and beginn. Ja. Nochmal, du komischer schierender Typie. Okay, jetzt fängt der mit Doppelteam an. Kann man machen Ich will jetzt nicht alles Komm Ja Der Kampf ging schneller als der letzte Und deutlich schneller Zeit ist mir, wenn ich kurz mein Handy anmache Ist nämlich wieder ausgegangen Natürlich will ich nie Achso, ähm Der fragt mich tatsächlich Okay So Der Rastyp ist dabei Kurz Wächst Gut Sollte ich jetzt angerufen werden Kriege ich es mit So Pisasam ist dabei Ich bin gespannt, welches Buker Und mir entgegenschmeißt Hoffentlich eins, was auch besichtbar ist Das ist natürlich auch gemein Das ist gemein Äh Ja, was ziehe ich denn jetzt gegen dein Fucking Kuckowai Es sei denn, es kann nur der Pledge Denn mit viel Glück Treffe ich den auch irgendwann mal Mein Windows meckert Ah Echt Bomb Macht das Schaden? Das macht Schaden Da Das macht mehr Schaden, als es mir lieb ist Macht aber nicht die Gut So Entweder strahle ich das jetzt irgendwie aus Mit, ähm Poison Weil Tränke haben wir ja Wie man gesehen hat genug Oder Ich weiß es nicht genau Also wir versuchen es jetzt mal mit einem Hyper Potion Und danach haue ich ihn mit ein bisschen Das Gute ist, er sollte jetzt nicht mehr so viel Schaden machen Dann versuche ich mal mit einem Was war? Machst du Schaden? Du machst keinen Schaden Und es sollte Es überlebt doch seinen ultimativen Angriff Den ich gerade vergessen habe Und Aber Wir können jetzt Na gut Jetzt überlebt es nicht mehr den Super Angriff Aber wir kommen mit Solarbeam durch Ah Ich habe gerade nicht bedacht Dass wir jetzt aufladen müssen Obwohl Ne 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 Halt Falsche Meldung Falsche Fehl Falsche Fehlmeldung Ähm Das ist ja kein Hyperstrahl Hyperstrahl wäre Wäre die Geschichte gewesen Aber Solarbeam braucht ja nur eine Runde Um anzugreifen Was eigentlich gar nicht mal so Klug ist Dass ich die ganze Zeit Solarbeam einsetze Ich sollte eventuell lieber eine andere Attacke einsetzen Die mich nicht für eine Runde lahm wegt quasi Ich meine ich könnte die ganze Zeit jetzt die Thesee einsetzen Ich meine wir haben den Kampf ja jetzt theoretisch gewonnen Weil wir ihn halt vergiftet haben Wir versuchen es jetzt einfach mal so Also die Strategie ist ja gar nicht mal verkehrt Und Ähm Genau die Eckbombe Die war die Bild Er hat Scheißquit ausgepackt Ich war so froh dass ich jetzt was gewonnen hätte Du bist Du bist Äh Nein Nein Was hat Pokémon? Zählt das denn dreimal? Nein Komm Shigi Komm her Shigi Ich brauche dich Du mein bester Freund Auf aller Zeiten Hier Party beginnende Match Da Bitte Hier Ich hoffe dass das 2 von 3 so gilt Ob das zählt Ob das zählt Der hat ein Stami Ah das ist Das ist böse Das Stami ist natürlich jetzt ein Pokémon Was ich nicht so brauche Das Ding hat Da Nein Das kann ich jetzt natürlich Wenn das jetzt einmal ein Quid trifft Das schafft Shigi nicht Schafft Shigi einfach nicht Wir können jetzt einfach nur drauf wahren Das ist ein Das wird jetzt ein sehr sehr langweiliger Kampf Aber Ich kann nichts anderes machen Double Team Okay Bin ich zufrieden Das schafft Das schafft Shigi einmal Wird Shigi halt einmal getroffen Ach kein Quid Kein Quid Kein Quid Ah Das ist echt widerlich Wie kann man sowas machen? Und Double Team Ah Thunderbolt Quid Das hat uns schon den letzten Kampf gekostet Ah Aber wir treffen gerade immer Das ist gut Und da ist ein Quid Du hast doch garantiert noch ein Nix da Nein Ich trau dem Braten nicht Und da Da ist ein Quid Ich hoffe das ist der einzige Quid bleibt Oh nein Nein Ich geht 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 Aber wenn wir jetzt durchkommen Durch den Waterpuls Und durch den Kunstfußstrahl Sollte ist es gewonnene Sache Aber bei meinem Glück Passiert genau das Ich hoffe dass es zählt Also ich hoffe dass es Zwei Zweimal Gewinnen Von drei Kämpfen ist Weil alles andere Da kommt der Thunderbolt Und er Macht ein Oh Gott Nein Ich weiß gar nicht wie viel Thunderbolt hat So von AP Werten her Ja du kannst du kannst so viel Double Teams machen wie du willst Äh Double Team ist okay Da kommt mein Schickin nicht zu Schaden bei Und bitte kommen wir jetzt auf Nein das hört nicht auf Das trifft sich nochmal Ich mag gerade nicht angreifen Also wenn Auch wenn das so wenig Schaden macht Wir haben ja gerade gesehen Wir sind auf 5 KP runter 5 KP Da kommt nochmal Thunderbolt Paralyse Bis zu Warnsinn Aber ich bin durch die Nein immerhin ist die Konversion weg Äh Hier ein Full Restore Damit wir die Paralyse wegkriegen Oh das ist gerade echt Oh da kommt der Kurt Fools Ray Reader Das war mir sowas von klar Dass du es wieder machen wirst Weil du einfach ein NPC bist Man trifft doch einfach Ich hab nicht ewig Zeit Doch eigentlich hab ich gerade ziemlich viel Zeit Aber Nein Nein Ich will nicht Ich mein wir sind jetzt so weit gekommen Ich kann das jetzt nur australen Also mehr Mehr Dings hat er ja nicht Mehr Thunderballs Ich weiß gar nicht wie viel Thunderball hat So da kommt die Paralyse Äh Hier ein Full Restore Verzeiht jetzt mir Dass ich auch da heide Wenn Waterpoles kommt Aber Das wird mich Ein Thunderbolt Würde mich ausnommen Definitiv ein Wunderfunderbolt Kannst du dich nochmal Ein paar mal Doppelteam einsetzen Und da kam Quid Gut das ist bisher immer nur Weil Waterpoles war Und da kommen Fools Ray Da können wir es jetzt Nächste Runde wieder einmal probieren Äh Da kommt der Thunderbolt Und ähm Yes Oh Das war gerade 50-50 Ah So ein So ein Ach Gitt Widerlicher Kampf Rudi Ja Halt die Klappe Nein Shiggy entwickelt sich nicht Gut ich hätte es ja zum Dank mal machen können Aber nein Wir bleiben dabei Wir sind so weit mit Shiggy gekommen Da werden wir jetzt nicht Vergreifen I'm a poor Ash You're in the Spike Channel Oh Den haben wir uns Diesmal aber echt verdient Dankeschön Dankeschön So Blöde Blödmann Was ist hier? Ist da noch was? Da geht es scheinbar weiter Aber ich will gleich Das mal heilen Naja Leute Ähm Hier auf dem epischen Roten Auf dem epischen Punkt In der Mitte der Arena Äh Sehen wir uns im nächsten Mal wieder Vielen Dank fürs Reinschalten Und ich hoffe wir sehen uns dann Halt auch im nächsten Mal Tatsächlich wieder Ja Bis dann Und Bye bye Bye